... Ich habe deutlich geringere Kosten für Ausfall aufgrund von Krankheiten. Ich habe einen merkbaren Vorteil in den sozialen Netzwerken. Fotos oder Filme von Bürohunden, die erreichen gigantische Klickraten. Ich habe einen riesen Vorteil im Bereich des Recruitings. Ein Drittel der Talente, die heute unterwegs sind und Arbeitgeber suchen, ziehen einen Arbeitgeber mit Bürohund vor. Hier sieht man den Profi. Bleiben! Das stimmt, ein Ohr auf. Einfach... ... ... ... ... ... ... ...